Warum muss ich eine Forschungsfrage formulieren? Unerlässlicher Bestandteil einer wissenschaftlichen Hausarbeit, Projektarbeit oder Abschlussarbeit ist die Formulierung einer zentralen Forschungsfrage. Ohne Forschungsfrage wird kein Forschungsziel erreicht werden können. Daher muss ich diese Forschungsfrage von der Einleitung aus, wo sie gut begründet und nachvollziehbar zu formulieren ist, wie ein roter Faden latent durch den Text der Arbeit ziehen. Und sie muss im letzten Kapitel der Arbeit, dem Fazit bzw. der abschließenden Diskussion, explizit erneut genannt und beantwortet werden. Sie kann gegebenenfalls zu Beginn in Teilfragen differenziert werden. Mit der Forschungsfrage und den eventuellen Forschungsteilfragen gekoppelt ist die Beschreibung der Vorgehensweise darzulegen. Dies alles geschieht in Ihrem einleitenden Kapitel namens Problemstellung, Zielsetzung und Forschungsfrage. Also, nutzen Sie diese Reihenfolge. Erstens, vor der Formulierung einer Forschungsfrage muss es ein für den Untersuchenden lösbares Problem geben. Eine Problemstellung ist zu formulieren, die innerhalb des gegebenen Zeitrahmens und im Rahmen der verfügbaren Mittel tatsächlich gelöst werden kann. Zweitens, um den Lösungsweg überhaupt irgendwie entwerfen zu können, brauchen Sie die Formulierung einer Zielsetzung für Ihr Untersuchungsvorhaben. Es geht dabei nicht um ein Praxisziel, sondern um ein Erkenntnisziel, das zur Lösung der Problemstellung untererstens beitragen könnte. Drittens, nun erst nach der Bestimmung des Ausgangspunktes, Problemstellung, sowie des Zielpunktes, Zielsetzung, können Sie eine Forschungsfrage formulieren, die Ihnen den Weg weist von der Problemstellung zur Zielsetzung. Wer hingegen sein Thema in wissenschaftlichen Arbeiten bloß beleuchtet, schreibt ein Essay, aber noch nicht eine wissenschaftliche Arbeit. Dort stellt man vielmehr stets eine Forschungsfrage auf. Und zwar in Fragesatzform. Sie führt zu Analyse-Schritten, Argumentationen und zum Einsatz definierter Methoden. Ohne Frage, keine Antwort. Wissenschaft sucht Antworten.